Ich kann für mich selber mittlerweile behaupten, dass ich jetzt schon relativ viel in der Werkstatt ausprobiert habe. Ich habe Maschinenbau quasi gemacht, ich habe sehr, sehr viel mit Massivholz gemacht. Aber eine Sache habe ich mit Massivholz noch nicht gemacht, weil da gab es immer so ein kleines Problem mit mir und meinem Kopf, wie ich es mir vorstellen kann. Und ich zeige dir kurz, um was es geht. Wir haben ja quasi immer so das Ausgangsmaterial, das ist entweder ein Kantholz, manchmal ein Brett und daraus bauen wir meistens dann eckige Dinge. Aber ich habe noch nie was Rundes gebaut. Und ich meine jetzt nicht rechseln, sondern aus so einem vierjährigen Stück Holz einen runden Gegenstand gemacht. Und damit meine ich zum Beispiel hier so ein Rundes Rohr. Wie macht man sowas aus Holz? Wie geht denn das? Wie könnte ich denn jetzt hier diesen Querschnitt an Rohr aus Holz machen? Wie geht denn das? Grundsätzlich brauchst du nicht viele Maschinen, um das nachzumachen. Eigentlich würde eine Tischkreissäge reichen, wenn du das, was ich dir heute zeige, zum Beispiel mit einer Multiplexplatte nachmachen möchtest. Ich werde aber euch nicht nur zeigen, wie das funktioniert. Ich werde auch daraus ein komplettes Projekt machen. Das bedeutet, wir werden was Schönes draus drechseln, wenn wir fertig sind. Das gibt es für mich heute auch noch im Video zu sehen. Also bleibt unbedingt am Video dran, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, damit ich hier mit meinen Videos mehrere Leute erreiche, damit die den Trick vielleicht auch mal zu Hause ausprobieren können. Also viel Spaß. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Das ist eine Werkstatt, die habe ich gemietet und hier produziere ich meine Videos und bevor ich richtig anfangen kann, würde ich mir jetzt erstmal einen Kaffee kaufen. Kennt jemand von euch noch die Serie Zuhause im Glück? Oder unsere erste gemeinsame Wohnung? Ich zeige euch die Küche jetzt aber nicht. Es ist echt schön, mittlerweile ist es wieder schön warm. Ich muss aber dennoch den Ofen anmachen, denn hier drin ist es immer so ein bisschen kühler als draußen. Ist eigentlich ganz gut, weil im Sommer bedeutet das, dass es hier drin auch kühler sein wird, als es draußen sein wird. Ich habe euch ja schon versprochen, wenn ich das Ganze heute aus Massivholz... What? Der Betraudelzylinder ist gerade runtergeschnellt. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich hier für dieses Projekt Massivholz benutzen möchte. Das habe ich nicht teuer gekauft, das habe ich selbst aufgesucht und zwar hatte ich nämlich noch einen Kehrstand übrig, den ich vor eineinhalb Jahren mittlerweile habe ich zugestellt. Und das Holz verwirkt sich hier unter dieser Brette. Aus welchem Holz machen wir das heutige Projekt? Hier haben wir einmal ein Stück Kirsche. So sieht das Holz aus. Man sieht hier noch gut die Streben von der Kettensäge, als ich das geschnitten habe. Das ist unser Ausgangsmaterial. Die erste wichtige Sache, die ihr beachten müsst, wenn ihr euch so etwas herstellt, ist die Dicke vom Material. Die muss natürlich überall gleich sein und deswegen werden wir jetzt das Holz jetzt zu Beginn erstmal herrichten, damit wir überall die gleiche Dicke haben. Wie wir dann die Breite und den Winkel bestimmen, um das später dann zu verleihen, werde ich euch wie gesagt gleich noch zeigen. Aber jetzt schneiden wir erstmal hier so ein bisschen schönes Holz zu. Und jetzt schneiden wir die Dicke haben. Und jetzt schneiden wir die Dicke haben. Und jetzt schneiden wir die Dicke haben. Und jetzt haben wir erstmal so das Grundmaterial. Wir haben schöne parallele Bretter. Die sind auch plan. Das heißt, die sind nicht irgendwie rund oder so. Und die haben schon mal einen guten Anhaltspunkt, weil wir hier oben eine 90 Grad Kante haben. Die Dicke müssen wir gleich an der Tischkreissäge auf den passenden Winkel oder auf die passende Breite schneiden. Aber der Tipp, wie es auf dem Titel steht, den zeige ich euch jetzt, wie ihr ohne viel Kopfzerbrechen euch die Breite bestimmen könnt und den Winkel, auf den ihr das Holz zuschneiden müsst. Den Trick gibt es jetzt. Grundsätzlich, dieser Tipp hier ist genial, wenn man es so ein bisschen veranschaulichen möchte und man sich, bevor man das ganze Holz herrichtet und zuschneidet, damit man weiß, okay, die Bretter werden in etwa so breit und so wird es in etwa aussehen. Dafür ist halt dieser Tipp ganz, ganz wichtig. Also, ich habe hier oben zum Beispiel meinen Innendurchmesser. Der soll 15 Zentimeter haben und dann habe ich mir schon mal das Maß aufgeschrieben, wie breit halt eben das Material wird. In dem Fall waren es 22 Millimeter. Ich bin jetzt auf 21 Millimeter rausgekommen und das ist einmal hier das Material und einmal hier das Material. Das bedeutet, Innendurchmesser plus die Wandstärke, dann kommen wir halt eben hier auf dieses äußere Maß. Dann habe ich mir auch hier erstmal den Innendurchmesser. Das ist jetzt quasi die Draufsicht. Ich habe mir erstmal den Innendurchmesser mit dem Zirgel markiert und dann den Außendurchmesser. Dann habe ich das Ganze einmal in der Mitte geteilt, nochmal in der Mitte geteilt, damit wir quasi vier Segmente haben und dann habe ich das Ganze nochmal geteilt. Und jetzt sehe ich schon, okay, ich könnte es jetzt nochmal teilen, dann hätten wir zwölf Teile quasi für diesen Zylinder, den wir herstellen möchten. Aber das wird einfach zu viel. Da haben wir zu viele Fehlerquellen und aus dem Grund finde ich, okay, wenn jedes Viertel aus zwei Teilen besteht, dann kann ich das gut herstellen und dann wird es wahrscheinlich ganz gut funktionieren und ich kann es besser in meinem Kopf reinbekommen. Ein Kreis hat 360 Grad, deswegen können wir jetzt zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 360 durch 8, dann haben wir 45 Grad. Aber wir müssen ja so sehen, wir haben hier ein Teil und diese Gärung ist auf beiden Seiten. Deswegen müssen wir diese 45 Grad wieder durch zwei teilen und haben jetzt halt eben unsere 22,5 Grad, die wir auf der Tischkreissäge einstellen müssen und an jedes Teil schneiden müssen. Ja und wie ist denn das jetzt mit der Breite? Wie breit muss dieses Teil werden, damit ich hier irgendwie meinen Korpus hinbekomme? Das ist, wenn ihr das so tut, sehr, sehr einfach, denn ihr könnt jetzt sagen, okay, natürlich ist das Holz, was ich jetzt zuschneide, nicht rund. Nehmen wir einfach mal an, ich schneide das jetzt so zu. Da kann ich das hier einfach super gut veranschaulichen. Da mache ich mir hier einen Strich, messe die Breite von meinem Material rüber. Das ist in dem Fall 22 Millimeter, das geht dann also bis hier hin etwa. Und das bedeutet, okay, wenn ich jetzt quasi mit meinem Brett an die inneren Kanten vor meinem Kreis gehe, dann werde ich in etwa so dick hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich es hier rund mache, kann ich hier jetzt schon mal bestimmen, okay, das Teil wird in etwa 17,5 Zentimeter im Durchmesser. Okay, das ist mir nicht groß genug, dann kann ich einfach das Ganze hier mit einer Parallelverschiebung ein bisschen nach außen bringen und kann dann sagen, okay, das hier gefällt mir jetzt schon mal besser und kann jetzt eben hier einfach die Breite von meinem Brett messen. Das sind in dem Fall circa 8 Zentimeter und das war's. Also wir haben jetzt einmal die Breite, die Winkelzahl, die ist gleich als interessant. Wir werden jetzt erstmal genug Teile auf diese Breite schneiden und dann zeige ich euch, wie wir den Winkel ganz, ganz einfach auch dran schneiden können. Denn da ist es wichtig, dass das gleichbleibend ist und deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal um diese 8 Stücke, genau 8 Stücke, die wir auf die passende Breite schneiden. Aber so habe ich euch jetzt, denke ich, ganz gut zeigen können, wie ihr die Breite vom Brett herausfindet und sehen könnt, okay, 8 einzelne Holzbretter reichen mir in dem Fall. Ich könnte 12 machen und dann könnte man hier ganz gut veranschaulichen, wie das Ganze dann später aussieht. Das war die ganze Zeit das Problem, wie ich es nicht in meinen Kopf einbekommen habe, damit man es gut und praktisch auch in der Werkstatt schnell mal umsetzen kann. So, das letzte Stück ist auf die Breite geschnitten und das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass es den Anschlag nicht bewegt. Denn wenn wir jetzt den Winkel einstellen, dann schneiden wir quasi, wenn wir den Anschlag nicht bewegen, genau hier unten an der Kante vom Brett wieder entlang, dann müssen wir nichts mehr neu einstellen, außer die Gradzahl von der Säge. Diese Lichtgleichsäge war früher mal super, super teuer und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum es super genau ist. Einfach, weil es halt nicht ganz gut gebaut ist. Das hier müssen jetzt ziemlich genau 22,5 Grad sein. Ihr könntet aber so eine Bubblebox benutzen, wenn ihr nicht verhüttert, ich meine, schaut kurz in die Lieblingschneidung. Das ist ein bisschen schwieriger auf die Kamera zu bekommen, aber jetzt seht ihr, was ich meine mit Anschlag nicht verstellen. Wir schneiden jetzt hier ganz, ganz genau an der Kante vom Brett unten vorbei. Das bedeutet, unsere Gärung geht ganz, ganz genau unten an der Spitze, an der Kante vom Brett auf und das ist halt eben schön. Einfach den Anschlag nicht verstellen und dann können wir das zu Hause auch tun. Das hat jetzt ganz gut funktioniert beim Einstellen, aber ich nutze hier noch mal ein Andrückholz, damit ich einfach ein bisschen besseren Andrück an den Anschlag bekomme. Ja, denn Gärung schneide ich nicht so gerne. Das Teil hier habe ich noch in meiner alten Werkstatt gebaut. Als nächstes müssen wir die Teile machen. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir jetzt nicht die Teile in der falschen Reihenfolge verleimen. Und wir sehen, wenn wir das jetzt schon mal so provisorisch mal zusammendrücken, dass das echt ziemlich gut aussieht. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das hier auch richtig gemacht haben. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wenn wir hier oben auf die Stirnseiten schauen, sehen wir hier doch ein paar ganz, ganz kleine Lücken. Aber ich will mich davon jetzt gar nicht so viel beeinträchtigen lassen. Ich will jetzt das Ganze gleich erstmal rund machen, um zu sehen, wie es halt hier so im mittleren Material dann noch aussieht. Denn das ist für mich entscheidend. Jetzt erstmal nicht so sehr hier die Stirnseiten. Als nächstes wollen wir das hier drechseln. Und das müssen wir natürlich irgendwie aufgespannt bekommen. Und da brauchen wir ein bisschen spezielleres Werk zu halten. Dafür brauchen wir nämlich hier diese Scheiben. Da können wir nämlich sehr, sehr große Sachen im Durchmesser aufspannen. Das Spannfutter findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Auf meinem Shop findet ihr das, um noch genauer zu sein. Und das werden wir jetzt mal benutzen. Ich zeige euch jetzt gerade einmal, wie wir das Ganze spannen werden. Und zwar können wir das jetzt von außen nach innen nicht spannen, obwohl das jetzt besser wäre. Dafür müsste ich mir jetzt hier Multiplex-Platten herstellen, die ich hier drauf schraube. Aber wir können auch von innen nach außen spannen. Da dürfen wir halt einfach nicht so viel Wumms auf der Spannfutter geben. Damit wir dann das Holz nämlich nicht auseinander drücken. So in etwa. Wir haben das jetzt eingespannt und ihr seht, das läuft wirklich exakt rund. Ich mache es mal an. Hier vorne werden wir uns gleich wahrscheinlich eine Stütze herstellen, damit uns das auch nicht aus dem Spannfutter rausfliegt. Weil wenn das hier aus dem Spannfutter rausfliegt, wird es sehr wahrscheinlich kaputt sein. Gerade bei sowas ist scharfes Werkzeug so unfassbar wichtig. Und ich benutze dafür, wie immer noch, meine Scher-Vorrichtung. Die gab es mal bei mir im Shop. Wenn jemand die noch braucht, dann kann er mich gerne nochmal kontaktieren. Denn eventuell wird es die dann auch bald wieder geben. Wie gesagt, damit schleife ich die ganze Zeit über noch meine Tricksale-Eisen. Ich sehe gerade, hier ist es aber ein bisschen besser, wenn ich den Maisel hole. Deswegen scherbe ich den gerade noch. Dann muss ich hier einfach diese Schleifwerkzeug austauschen. Hier ist übrigens der letzte der komplette Kaffee drüber gelaufen. Das war so unfassbar ärgerlich. Der Maisel ist halt hier sehr, sehr cool, wenn wir das drechseln, weil wir haben eine sehr, sehr spitze Schneide. Das bedeutet, wir können sehr, sehr gezielt, ohne viel Druck auf das Werkstück auszuüben, einen Span abnehmen. Nur dafür muss das Werkzeug halt super scharf sein. Und deswegen scherbe ich das jetzt einmal nochmal neu nach. Davor ich diese Scher-Vorrichtung hier hatte, habe ich auch nie den Maisel benutzt, weil es immer ein bisschen tricky war, das auch schnell zu schärfen. So, wie ihr seht, wir können hier auch sehr, sehr genau arbeiten. Wir schleifen mich jetzt eigentlich die Farbe weg und das reicht auch. So, wie ihr seht, ich kann hier direkt auf die Schneide draufgreifen, weil ich halt eben nicht viel Druck draufgebracht habe. Das bedeutet, die ist nicht heiß geworden. Und ich mache die Maschine jetzt einmal kurz aus und überprüfe den Winkel einmal zusätzlich, ob der hier auch stimmt. Ja, der müsste eigentlich auch stimmen. Jetzt ziehe ich es einmal schnell ab, damit er gerade auch weg ist. Ja, und wie immer hier der Rasurtest, das ist auf jeden Fall scharf. Und es hat jetzt echt schnell funktioniert. Also, wenn du jetzt Interesse an sowas hast, dann kannst du mir gerne ein E-Mail schreiben, denn derzeit ist es auf dem Shop nicht verfügbar. Ich habe noch hier ein paar Bestände in der Werkstatt. Wie gesagt, aber dafür musst du Lust auf sowas haben und musst mich halt eben anschreiben. Ich habe noch hier ein E-Mail bekommen. Ich habe noch hier ein E-Mail bekommen. So schaut bis jetzt mal die Oberfläche aus. Also, man erkennt fast keine Leimfuge. Wirklich, wirklich toll. Hier sieht man eine ganz, ganz kleine Leimfuge. Theoretisch ist wahrscheinlich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Dann die andere Fuge. Nee, nicht mehrmals. Also, das sieht schon wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Das müssen wir jetzt schleifen und dafür benutze ich wie jedes Mal meinen Schleifgriff, der sich hier unten drin befindet. Das ist zum einen einmal hier dieses Teil. Da ist ein Kugellager drin. Und dann kann man hier oben einen Schleifaufsatz reinstecken. Da gibt es auch verschiedene Größen. Das ist dann alles in einem Set enthalten. Ich benutze jetzt hier zum Beispiel den großen, weil ich sehr viel Platz habe. Aber es gibt auch kleinere 50 Millimeter Aufsätze. Die haben hier Schaumstoff. Die sind sehr, sehr ergiebig und sehr, sehr langlebig. Also, das hier sind immer noch die ersten Köpfe, die ich seit jeher benutze. Und genau, hier könnt ihr einfach ganz, ganz schnell das Ganze austauschen. Die könnt ihr noch auf dem Akkuschrauber drauf spannen und punktuell dann noch was zu schleifen, wenn das Holz innen drin ein bisschen ausgerissen ist. Dazu habe ich auch passendes Schleifpapier. Das ist eigentlich das Schleifpapier. Mehr braucht man nicht. Das ist einmal von 80 bis zur Körnung 600. Das ist das ganze Schleifpapier in einem Set. Ich verlinke euch die Teile unten in der Videobeschreibung. Gibt es auf meiner Webseite. Ist von mir. Also keine Fremdwerbung, sondern Eigenwerbung. Wie immer benutze ich hierfür mein eigenes Finish. Da wird sich bald ein bisschen was ändern. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon so weit ist. Aber du kannst das unten auf dem Link anschauen, ob es sich schon ein bisschen geändert hat. Auf jeden Fall benutzen wir das. Das ist ein Bienenwachs, finde ich, um halt eben jetzt das Holz ein bisschen zu schützen. Das ist dann auch ein bisschen gegen Wasser geschützt. Wenn man das zum Beispiel bei Schneidebrettern benutzt, perlt das Wasser nach dem Spülen ab. Mega, mega coole Sache. Verschauen Sie sich aber am Holz an, wie das jetzt aussieht. Einfach ein bisschen nehmen und dann aufs Holz einreiben. Das sieht so abgefahren aus. Das ist echt schön geworden. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn dir das Ganze bis jetzt gut gefallen hat. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch schon fertig mit dem Projekt. Also die Optik gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist echt sehr, sehr genau geworden tatsächlich, obwohl ich alles auf einmal verleimt habe. Und genau, so habt ihr jetzt eine Möglichkeit, wie ihr zu Hause genau sowas auch herstellen könnt. Theoretisch hat das jetzt fünf Minuten gedauert. Natürlich hat es ein bisschen länger gedauert, das massiv als erst mal herzurichten. Aber wenn ihr irgendein Maß haben möchtet, ihr zum Beispiel Multiplex habt, dann dauert das ungefähr fünf Minuten, bis ihr das dann fertig aufgezeichnet habt. Und so könnt ihr dann halt eben gut eure Maße bestimmen. Genau. Hier auf dieser Seite findest du jetzt noch zwei Videos von mir. Würde mich freuen, wenn du dir die auch anschaust. Das soll es ja heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.